Versuchen wir mal reinzuschleichen, von rechts. Tief in die Richtung, vielleicht ist wirklich hier. Ach du sind doch hinter uns! Oh shit! Ich hab schon markiert, das nächste Ziel. Fuck, ging ein bisschen nicht mehr, ne? Der ist ein bisschen weit, der ist ein bisschen... Oh fuck, drei! Werden weg! Ja! Werden weg, werden weg, werden weg! Okay! Oh fuck, die ganze... Vier, fünf Leute! Komm! Komm, komm, komm! Ich hab schon markiert, wo wir hin müssen. Ja, ich lauf! Die Nacht ist bald weg. Aber der Totenkopf ist immer noch da, Whitey? Ja, aber jetzt ist es gleich vorbei. Night's survived, jetzt ist es vorbei. Der Totenkopf ist schon noch da, aber es hieß ja, die essen... Wär wahrscheinlich möglicherweise hinzukommen... ...durch zu mogeln und vielleicht im letzten Moment die Jungs irgendwie... ...durch zu kommen. Ich bin Neil Fallon. Ich bin Journalist für International Affairs Magazine. Ja, ich hab dich gehört. Das ist sehr interessant. Aber wie hast du hier in? Nicht... Es war nicht so schwer, während die ersten paar Tage der Quarantinie. Und wenn sie Suleyman in charge putten, es war ziemlich klar, wie die Dinge gehen würden. Also, du hast entschieden, um sich herum. Ja, ich hab dich entschieden. Doch Gott weiß, wie das wird passieren. Ich bin in ein paar Lockdown-Cities vorhin, aber es gibt oft jemanden, du kannst brennieren. Nicht hier. Ich kann dich aus dem Haran. Ich bin nicht sicher, dass jemand jemanden kann. Nein, natürlich. Aber ich habe einen Dokumenten in diesem Ort, ziemlich aus dem ersten Mal. Ich habe hunderte hunderte... Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Suleyman hat viel zu antworten. Der Welt muss wissen, was ist passiert. Und... Schau, ich bin ein bisschen entschuldigt hier. Ich habe meine Arbeit verloren. Alles. Ich war in einem Internet-Café, als ein Mob von Infecten auf mich. Ich bin weg, aber ich habe meine Satchel in der Café. Und alles ist in der Satchel? Die meisten. Sie haben mich für einen Moment geholfen, also ich endlich habe meine Kamera in einem Auto. Schau, ich weiß, es ist viel zu fragen. Selbst wenn ich sie zurückgekommen habe, hast du noch keinen Weg raus. Herr, wenn ich meine Arbeit zurückkomme, gibt es keinen Grund, um mich rauszukommen. Das Café ist in einer schlechten Umgebung. Ich werde... Ich werde darüber nachdenken, aber keine Werte, okay? Ja, keine Ahnung. Sollen wir den Satchel holen? Weil ich... Tagsüber... Ja... Können wir machen, oder? Ja, hier pennen auch nur wieder Leute drin, ne? Okay. Wir sind auf dem hohen Bringdienst. Ja. 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 Ich höre nur einen hinter mir. Ja. Ich puste dich aus. Kannst du doch nicht? Ich... Ich musste mal fahren, dann kurz die Pause machen. Auf Biggie Fatty, du mich. Guck da. Ah, jetzt weiß ich, warum das das nicht mehr geht. Bei Q hier liegen ungefähr 50 Power Cables. Was? Was liegen hier rum? Power Cables. Ah, stimmt. Ah. Na komm. Geht doch. Ich kann ihn nicht. Oha, was ist denn das mit Power Cables? Spawnpunkt. Ja genau. Hier kommen sie her und vermehren sich. Das ist die natürliche Umgebung eines jeden Stromkabels. Wo ist es? Es kommt hier her, einmal im Jahr. Und dann werden ganz viele kleine Amperes kurz geschlossen. Und es werden weitere kleine Batterien entstehen. Du bist ein Horst. Das ist der Kreislauf der Elektrizität. Das, liebe Kinder, ist Elektrizität. Das ist wo die Babys kommen. Komm jetzt. Ja, wieder an. Hallo. Und tschüss. Oh fuck. Ja genau. Gerade mache ich jetzt mal zu. Aber ich habe es überlebt. Und zwar easy peasy. Geht doch. Mit Abrollen geht das eigentlich recht gut. 40 Meter Jump. Ja. Ich bin Parkour-Profi. Also du kommst, oder? Ja. Einmal nicht. Oh, retten sie die Überlebenden? Natürlich machen wir das. Ja, sicher nicht. Okay. Heee. Schon hier, oder? Geht doch. Ja, wo? Aha. Na komm. Komm und bring Kohle. Na komm und bring Kohle. Mensch. Get me some money. Oh, geil. Der war schnell. Der war schnell. Ja. Der Licht noch an. Ich hoffe noch nicht. Der Licht noch an. Ich fahre. Ich fahre. Okay. Ahn. Einbo pig. Oh, ich hab ihn. Fallon, es ist mir. Ich bin nahe dem Café. Alles, was ich wissen muss? Bleib klar auf den Latte. Sie haben die Milch gebrochen. Haha! Ach du, wer ist bei dir gekommen? Ich wollte natürlich auch... Also unten ist kein Reinkommen. Tja, besser. Bist du schon drin? Was schnell hier? Warte. Hier reinrutschen. Tyree kann man knacken. Oder Tyree. Tyree kann man knacken. Oder Tyree. Tyree auf. Tyree auf. Oh, fack, 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 tot. Oh, fack, fack, tot. Wir haben uns gegenseitigte Weg versprochen. Okay, das war... Naja. Ja, scheisse. Wenn ich gleichzeitig rein. Ähm, Force Death. Naja. Okay, ich bin wieder da. Ohohohohohohohohoho. Nein. Okay, jetzt ist gut. Computer sind auch... Keine silent Computer, hm? Ich habe ja zwei orange Sachen. Mach ich ja mal zu. Was siehst du? Orangen? Ahja, hier ja. Nachricht? Burger? Eine Statue. Aber kein Satchel oder was? Ah doch, da ist es. Oh, schau mal raus. Rausschauen. Oh. Eins, zwei, drei, vier, ne? Gibt es ja noch einen anderen Weg? Ah, ich kalt war. Oh, ich kalt war. Okay. Just the way of man. Okay, markiert ist schon. Moment für Brücke, zur große Brücke. Okay. Ah, mein Schatz drin da. Also mir ist der Hook manchmal ein bisschen buggy. Hey? Ja. Es fällt nur schön an die Kante zielen, ne? Ja. WTF? WTF? Kommt hoch. Kommt hoch. Also nicht, dann komm ich runter. Oh. 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 Okay, alles clear. Alles easy. Der nimmt natürlich das Parkour-Element fast vollständig raus, der Hook. Kannst du sagen. Ja, das stimmt, ja. Ja, das stimmt, ja. Was bringst du uns? Na komm. Oh, Pitfighter. Geil. Oh, geiler Mond. Ja, den hab ich schon, doch. Ne, wir müssen, glaub, hoch, hoch, runter. Boah, die haben, wir haben das gerade bei ihnen gegeben. Was ist denn hier drin? Ich glaube, wir müssen eher hoch auf die Brücke. Hoch auf die Brücke? WTF? Die Brücke, wo wir drin sind. Oh, nochmal ein Beil. Bist'n du? Ah, hier. Ach, das ist immer nur der Typ, der mit uns mitrennt. Okay. Zwei bleiben. Follow me. Aha. Wow. Zauberer IT. Zauberer IT. Wow. Zauberer IT. Mensch. Hehe. Nein. Nein, das rissst mich. Ah, mich auch. Ich bin out of. Jetzt nicht mehr. Das ist ein Gemetz. Hey, die haben halt keine Chance mehr. Wir haben halt so overpowered. Ja. Na ja, geht noch. Ähm, das Ding kommt ja schon nicht. Mach's gut. Also beim Alleinspielen war's nicht anhören so. Ich konnte nie, selbst wirklich am Schluss, wo ich dann wirklich stark war mit Niederschwert und mit allem, konnte ich nie einfach so durch die Mengen durchlaufen und halt machen. Ja, aber gut. Aber im Endeffekt, ähm, können wir's hier ja einzeln auch. Nein, ich schaff's ja echt nicht. Mach mal nicht. Dann zum Polizei. Folgt mich ein bisschen. Oh, da hinten ist ein Block, ne? Jep. Dann machen wir away. Oh, schon drei Gegner? Das war ein Quart. Oh. What the fuck? Boah, von zwei Seiten. Der arme Dude. Ja. Der arme Dude. Ja, aber so richtig. Fick. Gute Waffen haben sie ja nicht, ne? So.